Wir lesen, als das, als das Kindlein durch den, durch, durch den Wald getragen da, haben die Dame in Hosen getragen, Jesus und Maria. Boah, der ist schwer. Nein. Da, ho, bin, die, bleh. Da, da, bin, die, donen, Hosen getragen, für die Lesung. Als, als das Kindlein, als das Kindlein durch den Wald getragen, da, 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 da haben die Dornen Rosen getragen, da, 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 da Es gibt aber auch noch eine linke Hand und da kommt jetzt der Spaß und die muss ich auch üben, die kann ich überhaupt gar nicht. Ich habe das jahrelang nicht mehr gemacht und ich habe noch 10 Minuten auf der Uhr und keinen Kaffee. Jetzt eine Runde fröhliches Töneran, das ist schwer, das Weihnachtsgüttel. So, es geht los mit einem Ton, der ist im Biolinschüssel, ein G. Das müsste ein H sein an der Stelle. Irgendwann ist es ein ziemlich tiefes H. Jetzt nehmen wir das. H H I I I H H H I I H 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 1, 2, 3, 4. Sehr schön. 1, 2, 3, 4. Jetzt geht es schon los. Ich übe noch mal die Mühldöchter. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ne, fahr schon klar. Das ist schwierig für mich. Ich bin da zu doof zu machen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das ist jetzt H. Ich mach mal Ruh in die Tonne. So. Das ist falsch. Selbst wenn es klingt. Klingt fast genau so. Das ist aber falsch. Ich bin aber nicht so dumm zu. So. Ich bin aber nicht so dumm. 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 Es ist evident. Also, ich bin aber nicht so dumm. Ich bin aber nicht so dumm. Ich bin aber nicht so dumm. Säは nicht so dumm. So, ich bin gar nicht so schlecht, wenn ich den Metronom oder das Metronom weglasse. Und jetzt geht es weiter mit einem Uiüüüüüüüüüüüüü flux. Gaaah! Das ist das Ademschlissen, fröhliches Töneraden, ich spiele nur mal den Anfang, ich kann nicht die Töneraden. Das sind die Zeit, die so machen.